Meine Frage ist, darf ich so diese blauen Augen tragen, darf ich diese Muskel, also diese Sachen, die angeblich da drin im Koran stehen, tragen, damit es mich beschützt? Und nein, das dürfen wir nicht machen. Also diese Sache, du gibst dann damit diesen Dingen Kraft, sei es dieses Auge, sei es dieses Koranteil oder sei es sonstige Sachen, machen dir den Hals, Armband, Schutz, irgendetwas, was in diese Richtung geht, weil du tragst mit der Absicht oder nicht mit der Absicht als Schutz. Wenn du denkst, dass es dich beschützt, ist das schon Schirk. Das heißt, schmeißt dich aus der Religion raus, weil diese Sachen können sich nicht mal selber beschützen. Wie sollen sie dich beschützen? Das ist erstens. Das andere ist, wenn du denkst, ich nehme das einfach nur als Schmuck, dann ist das trotzdem nicht erlaubt, weil trotzdem viele Leute denken, dass das ein Schutzdinger ist, also ein Gegenstand ist. Und aus diesen Gründen ist es dem Muslim nicht erlaubt, diese Sachen zu tragen. Weder als Schmuck an den Wänden, noch an sich selbst oder in den Autos, all diese Sachen solltet ihr inshallah vermeiden. Gerne könnt ihr auch kommentieren, was es alles noch so gibt, an Armbändern, an Schutzsachen, manche Sachen sind auch hier. All diese Sachen sollte der Muslim vermeiden, damit sein Tuhid inshallah rein bleibt.